Du kannst deinen Skewo Bro fernsteuern. Mit der Fernsteuerung ist es dir möglich, alle Motoren einzeln zu bewegen und so deinen Bro zum Beispiel bequem ins Auto zu verladen. Verwende die Fernsteuerung immer ohne Insasse. Drücke auf den Einschaltknopf der Fernsteuerung, bis dieser aufleuchtet. Nun ist die Fernsteuerung bereit, um mit deinem Bro verbunden zu werden. Drücke gleichzeitig auf beide hinteren Tasten, um die Fernsteuerung mit deinem Bro zu verbinden. Am Signalton erkennst du, dass dein Bro mit der Fernsteuerung verbunden ist. Auf der Bedienkonsole zeigen der gelbe Kreis und der leuchtende Menüknopf an, dass die Bedienung deines Bros nun über die Fernsteuerung läuft. Um mit den Hauptmotoren deines Bros vorwärts oder rückwärts zu fahren, bewegst du den rechten Joystick in die entsprechende Richtung. Um die Rückenlehne zu bewegen, drückst du das Steuerkreuz nach oben und bewegst gleichzeitig den rechten Joystick vor oder zurück. Mit derselben Vorgehensweise bewegst du auch die Fußstütze, die Stützräder und die Raupe. Um den Sitzlift anzusteuern, drückst du die linke hintere Tasten. Um den Sitzlift anzusteuern, drückst du die Taste und bewegst auch hier gleichzeitig den rechten Joystick vor oder zurück. Um deinen Bro mit der Fernsteuerung zu bewegen, senkst du ihn zuerst auf die Raupen ab. Dazu fährst du die Raupen nach unten und ziehst die Stützräder ein. Du fährst deinen Bro nun mit Bewegen des rechten Joysticks. Auf den Raupen kannst du mit der Fernsteuerung auch Kurven fahren, indem du den Joystick während dem Vor- bzw. Rückwärtsbewegen auch zur Seite bewegst. Für das Fahren auf den Raupen mit der Fernsteuerung sind zwei Geschwindigkeitseinstellungen verfügbar. Drücke den rechten Joystick hinein, um zwischen den zwei Einstellungen zu wechseln. Drücke gleichzeitig die rechte hintere Taste und die Taste A, um die Verbindung zu deinem Bro zu trennen. Bewege den rechten Joystick, damit dein Bro sich für den Raupen- bzw. Parkmodus einstellt. Ist die Fernsteuerung vom Bro getrennt, so leuchtet auf der Bedienkonsole der Kreis nicht mehr gelb und das Licht des Menüknopfs erlischt. Schalte zum Schluss die Fernsteuerung aus, indem du den Einschaltknopf 10 Sekunden gedrückt hältst.